Hallo und herzlich willkommen zurück zu Interactivity, Interactive Experience. Wie schon gesagt, die Tür hier ist jetzt offen. Aber das bringt uns absolut gar nichts mehr. Ich kann weder mit den Objekten interagieren. Sonst noch was tun. Also hat uns keine Abkürzung gebraucht. Und daher heißt es wohl Run Forest Run. Okay, gar kein Text mehr zu sagen hier. Irgendwo ein Schlüssel? Oh no. Man muss es in einem bestimmten Reihenvogel machen. Ich glaube wir haben das Spiel zerstört und kaputt gemacht. Und es zerfällt immer weiter. Okay, der Lichtschalter funktioniert noch. Zwölf auch. Aber bringt uns alles nichts. Oh no, shit. Jetzt ist es ein Rater. Spiel. Jetzt ist es ein Rater. Mal. 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 Irgendwo muss doch die Türe aufgehen. Mal weißt du was, glaube ich, dort oben, auf dieser Seite. Hm. Soll das sonst eine überhaupt oder? Ah, jetzt nicht. Okay. Steht auf dieser Seite. Ich merke mir das mal für den nächsten Run, falls es noch einen gibt. Die Lichterflocke. Die Tür ging zu. Ich konnte mich gerade nicht bestreifen. Wow. Crazy. Okay, hier war das. Mit dem Keypad. Mit dem Keypad. Mit dem Keypad. Shit. Ich glaube hier war die 1. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist jetzt wirklich doof. Okay. Wait. Die 5 ist da. Richtung Tür. Ich kann mir das eh nicht mehr. Genau. Ich versuche es. Zumindest. Irgendwie. Ansonsten ist es halt wie die Triant Arrow. Da steht mein Name. Do not push the button. Mein Steam Name steht hier. What? Okay. Coolste Teil. Do not push the button. Jens. Okay. Coolste Teil. Das Käfig ist halb oben. Der Button spinnte herum. Macht komische Geräusche. Red Glass. Exit drücken. Exit ist tot. Jetzt extra einen Aufzug. Eine Rampe. Ich würde sagen. Push it hard. Jetzt ging es, wie wir liegen. Das macht das Spiegel so kaputt. Wait. Was passiert hier? Wir fallen aus der Mappe raus. Third. Wir sind aus der Mappe rausgefahren. Wie nice ist das denn? Jetzt kommt Stanley Parable recht ähnlich. Für die, die es nicht wissen, Stanley Parable habe ich schon ein paar Mal gespielt, allerdings nicht aufgenommen. Und jetzt kommt dann am 27.04. eine neue Version heraus und die werde ich dann natürlich auch spielen. Und das wird auch crazy werden, kann ich euch versprechen. Und da würde ich sagen, das war es für diese Folge. Und wir spielen uns gleich wieder in der nächsten Folge von Interactivity. The Interactive Experience. Tschüss.